So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ihr merkt schon, gestern Abend ein Video aufgenommen, was ich euch vorhin rausgehauen habe. Da liefen die Uhren noch anders, jetzt den ganzen Tag unterwegs gewesen, gerade eben zurückgekommen. Ich habe mir gedacht, morgen sind ja Dimiteros-Rades für Zuschauer, frühs, da ist man froh, wenn man dann mal fertig ist, den restlichen Samstag für sich Zeit hat. Deshalb werde ich das Video, was ich eigentlich morgen raushauen wollte, heute schon raushauen. Außerdem kriegt er das dann auch up-to-date und nicht erst 10 Tage, nachdem es irgendwo angekündigt wurde. Also ihr seht hier 15. April, heute 16. Neff-Pokémon-Schnupp-Event, also, ja, dieses wieder richtig heftiges Englisch. Also ein neues Event zu Pokémon Snap kommt zu Pokémon GO. So, ihr seht, ein Event jagt das andere, wir sind gerade immer noch in der Rivalenwoche, dann ist schon wieder die Nachhaltigkeitswoche, das Umwelt-Event angekündigt. Für nächste Woche, dann am Wochenende, nächste Woche, ist auch der Freundschaftstag. Und dann irgendwie gibt es aber auch das Snap, Pokémon-Snap-Event. Und was von diesen ganzen Events euer Lieblings-Event ist, könnt ihr ja mal unten reinschreiben. Pokémon-Snap-Event ist auf jeden Fall was ganz Besonderes, denn es wird ein extrem seltenes Shiny geben. Nämlich Farb-Igel. Pokémon-Snap, alles steht auf dem Fokus, Bilder zu machen, Bilder von Pokémon zu machen, auch von wilden Pokémon und hin und her. Ihr wisst, wenn ihr Bilder macht von Pokémon, könnt ihr einem Farb-Igel begegnen. Diese Schnappschuss-Medaille war auf jeden Fall richtig nervig manchmal. Man musste 50, 60 Pokémon fotografieren, bis man mal einen Farb-Igel bekommen hat. Und dann musstet ihr das jeden Tag machen und die meisten haben darauf einfach keinen Bock gehabt. Zum Glück gab es diverse Events, wo ihr garantiert 5 Schnappschüsse machen könnt. Dann gab es andere Events, wo dann auch das vermehrt aufgetreten ist. Viele haben die Medaillen jetzt natürlich schon auf Gold oder Platin oder sonst was. Ich merke gerade, die Katze hat mir einen kompletten Striemen über den ganzen Bauch gekratzt. Oh mein Gott, da hängen gleich die Gedärme raus. Und jetzt ist es soweit, nachdem Farb-Igel komplett ausgelutscht ist, das keiner mehr braucht, nachdem auch die Medaillen bei vielen erreicht sind, das keinen mehr interessiert, wird Shiny Farb-Igel eingeführt. Ich gehe mal kurz hier hin, weil das ist so kurz und übersichtlich, dass wir das hiervon alles zusammentragen können. Niennik feiert das Release von New Pokémon Snap auf Nintendo Switch mit diesem Event und einem neuen Shiny. Also die Switch hat es wohl ordentlich in sich, auf sich, wie auch immer. Pupsi hat sich auch mal eine gekauft und hat die dann einen Tag später zurückgegeben. Viele haben sich die Switch geholt, ihr kennt das, Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu. Dann gab es das hier mit, wie hießen die anderen Spiele? Ach, jetzt habe ich es nicht mehr... Schwert und Schild, genau. Da könnt ihr die Schwerer kreuzen. Und das war auf jeden Fall auch heftig, jetzt schon wieder ein Pokémon-Spiel für den Nintendo Switch mit New Pokémon Snap. Ihr seht, ich bin total aufgeregt und für mich beobachtet und ich beobachte aber auch gleichzeitig. Pupsi beim Essen und dann nimmt sie die Gabel in den Mund und dann ist alles heiß und scharf gleichzeitig. Aber auf jeden Fall, um was geht es denn überhaupt? Donnerstag, 29. April. Schreibt euch das wieder in den Kalender, ja. Ich sage jedes Mal, wenn ihr so ein Video von mir seht, nehmt euer Handy, guckt ein anderes Video nebenbei auf dem Handy, solange ihr mein Video guckt. Da müsst ihr mir nicht zuhören. Aber schreibt euch das in den Kalender immer. Donnerstag, der 29. April, 10 Uhr bis Sonntag, der 2. Mai, 20 Uhr. Und dieser Zeitraum ist enorm wichtig. Denn nur in diesem Zeitraum wird es Shiny Farbiegel geben. Das Ganze war bei Meltan damals auch so. Ein Event, wo man Meltan als Shiny aus der Meltan-Box bekommen konnte. Leute, viele wissen das gar nicht, dass das begrenzt war, öffnen jetzt jede, alle drei Tage ihre Box und sagen, hmm, wieder kein Shiny bekommen. Mann, muss das selten sein. Ihr habt nicht die Möglichkeit aus einer normalen Meltan-Box jetzt Shiny Meltan zu bekommen. Das gab es nur bei dem Meltan-Event. Farbiegel wird es genauso sein. Ihr könnt nach dem Event zwar weiter Farbiegel bekommen, aber es kann nicht Shiny sein. Es kann nur während des Events Shiny sein aus der Fotobomb. Und das ist das Spezielle und das ist das ganz Besondere. Deswegen sage ich, wird das wohl ein seltenes Shiny. Auf der anderen Seite hat man beim Meltan gesehen, wer wirklich das Event gespielt hat, hat 2, 3, 4, 5 Shinies bekommen. Also die Shiny-Rate war gefühlt, meiner Meinung nach, ziemlich hoch. Und vielleicht ist die Shiny-Rate hier ja auch hoch, sodass ihr wirklich, wenn ihr in diesen Tagen spielt, garantiert eins bekommt. Das wissen wir aber nicht, das kann man nur mutmaßen. Das Event wird sich um die Pokémon aus den Wüsten, Dschungeln und Unterwasserlandschaften der Lentil-Region bekannt aus Pokémon Snapdrehen. Lentil sagt mir gar nichts. Pokémon wie Luturzel, Tuska und Pikulende erscheinen häufiger in der Wildnis. Muss ich sagen, Luturzel habe ich gefressen. Ist mein absolutes Hass-Pokémon. Pikulende ist noch relativ neu. Machen sich viele immer drüber lustig, hier WC-Ende und so Zeug. Aber ich glaube, Tuska, dieser Kaktus, finde ich eigentlich am coolsten. Auch noch Tuska sieht verdammt gut aus. Macht Spaß auf jeden Fall. Wenn ihr mal ein wildes Nutska seht und das fangt, ist ein sehr cooles Erlebnis. Farb-Igel erscheint häufiger in Schnappschüssen. Erstmals ist es auch möglich mit viel Glück. Okay, die Rate wird nicht erhöht sein, alles klar. Mit viel Glück ein schillerndes Farb-Igel zu bekommen. Dieses Shiny wird es zukünftig nicht außerhalb von speziellen Events geben. Kann natürlich sein, dass wenn dann ein Go-Fest ist, es dafür wieder freigeschalten wird. Übrigens, Go-Fest und Shinies, die nur in bestimmten Events sind. E-Cognito zählt auch darunter. E-Cognito beim Go-Fest konnten Shiny sein. Wenn ihr jetzt ein wildes E-Cognito findet, kann das nicht Shiny sein. Selbst wenn das ein Buchstabe ist, der schon als Shiny im Spiel released wurde, kann der außerhalb so eines Eventes nicht Shiny sein. Ich glaube, die Nudeln sind zu scharfe, Pupsi. Die sitzt hier. Was? Weiß ich nicht, ob ich Milch habe. Ich glaube eigentlich nicht, weil ich die letzte Milch getrunken habe. Macht ihr euch auch immer scharfe Nudeln und sterbt dann, weil die Nudeln so scharf sind. Das ist auf jeden Fall eine geniale Idee. Ähm. Kannst du es kurz und willst du es dann noch essen oder sonst wegtun? Oder wegtun? Nee, nee, nicht wegtun. Ich esse es dann noch. Dann kriege ich noch mehr Sodbrennen. Vor allem, hast du nicht damals nur ein Löffelchen gegessen? Zwei Löffelchen, drei? Und hast gesagt, ja gut, da werde ich mal mehr. Aber eigentlich hat sie, glaube ich, noch nie eine ganze Packung von diesen scharfen To-Spicy-Nudeln gegessen. Jetzt wisst ihr auch, warum. Ähm. Dieses Shiny wird es zukünftig nicht außerhalb von speziellen Events geben. Farbigel werden während des Events nur begrenzt oft am Tag auftauchen. Und das ist ja noch bescheuerder. Das heißt, ich habe gedacht, die gibt es unendlich. Je öfter ihr Fotos macht, desto mehr könnt ihr kriegen, wenn die nur eine bestimmte Anzahl haben. Heißt das ja, ihr habt zum Beispiel nur zehn Chancen am ersten Tag. Nichts. Also müsst ihr warten auf den zweiten Tag. Habt am zweiten wieder zehn Chancen. Nichts. Da bietet es sich ja schon wieder an, wenn man einen zweiten Account hat und einen dritten Account und 18 Accounts. Sechs rote, sechs blaue, sechs gelbe. Jeden Tag auf allen Accounts die Schnappschüsse machen, um das Maximum aus jedem überall rauszuziehen. In der Hoffnung, irgendwo taucht vielleicht ein Shiny auf. Ja. Ansonsten unmöglich wahrscheinlich, das so zu kriegen. In Raids erscheinen unter anderem Aquana, Megane und Knaglion. Diese drei müsste ich wieder raiden für die Trainerhoffnung, obwohl ich die unter anderem Umständen niemals raiden würde. Auch für die Champion-Medaille zählt das natürlich dazu. Es wird sowohl spezielle Feldforschung als auch eine befristete Forschung geben. Also befristete Forschung. Auch interessant. Befristete Forschung. Ich mache das sehr gerne, wenn immer vorgeschrieben wird. Mach das und das und das und ihr könnt euch da durcharbeiten. Befristete Forschungen mag ich eigentlich sehr gern. Genau wie Spezialforschungen, obwohl die ja immer bleiben. Aber befristete, da müsst ihr auch mal in der Zeit, wo die da ist, was machen. Abgerundet wird das Event durch eine im Shop erhältliche Kamera für den Avatar und Kamerastigger, die man im Shop erwerben oder an Pokestops sammeln kann. Ihr habt ja auch noch ein Bild von Shiny Farbigel, wie das aussieht. Mit einem roten Pinsel. Ansonsten ist das hier so beige, braun und beige, Vanillefarben, irgendwas gehalten. Ich glaube, hier steht auch nicht mehr großartig noch dazu. Zeitraum also nochmal. 29. April bis 2. Mai. Schreibt euch das wirklich auf. Hier stehen die Pokémon nochmal dabei. Hier ist auch nochmal da das Bild. Ansonsten gibt es keine neuen Pokémon, wie hier dabei steht. Wir halten es für eine sehr schlechte Idee, die schillernde Variante von Farbigel exklusiv an Events zu binden. Farbigel ist ohnehin schon ein sehr seltenes Pokémon. Durch die Tatsache, dass man maximal eins am Tag fangen kann. Wäre Shiny Farbigel durchgängig verfügbar, wäre das Schnappschussfeature durchaus interessant und würde unter Umständen auch mehr Verwendung finden. Mit der Entscheidung, Shiny Farbigel auf Events zu begrenzen, verliert dieses Feature in unseren Augen viel an potenziellem Reiz. Das ist natürlich richtig, weil selbst wenn das Up da drin ist, werden die Leute ja jeden Tag ihr Bildchen machen, bis sie das irgendwann haben. So sagt ihr, gut, die fünf Tage mache ich Bilder und dann mache ich nie wieder welche. Es bleibt abzuwarten, wie hoch die Chance auf Shiny Farbigel tatsächlich ist. Doch wir rechnen eher damit, dass die wenigsten Spieler ein Shiny ergattern können. Genauso wie das mit dem Shiny, wo näher mit Blumenkranz war. Wir wissen ja, Niantic ist großzügig und fair. Aber wo wären wir denn, wenn jeder immer alles haben würde? Dafür gibt es ja die Tauschfunktion. Das war es eigentlich jetzt aber von meiner Seite aus schon wieder. Wie findet ihr das Snap-Event? Freut ihr euch auf Shiny Farbigel? Habt ihr mehrere Accounts, mit denen ihr Fotos machen könnt? Oder denkt ihr, die Rate wird so hoch sein, dass man gut eins mitnehmen kann in den paar Tagen? Oder findet ihr den Freundschaftstag interessanter? Da findet ihr die Rivalenwoche, die jetzt gerade ist, genial. Also jeder findet bestimmt was anderes gut. Aber was ist euer Highlight bei den kommenden Events? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise morgen früh. 8 Uhr bis 13 Uhr, glaube ich, wieder. Demeteros, Rates für Zuschauer in der Tiergeist-Form. Und Marco ist dann am Start, Thomas ist am Start, glaube ich. Wird bestimmt wieder lustig. Das war es von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.